herzlich willkommen ladies and gentlemen zu battlefield 3 let's play together aber warum eigentlich 2.0 na wir sind ja auch zwei personen doch was euch genau erwartet das idee und wir schicken mal einfach zwei leute spielen an einem computer gemeinsam ein spiel das ist unser prinzip von let's play together 2.0 die aufgabenteilung sieht folgendermaßen aus neben mir sitzt karen lieber er wird nur mit tastatur und maus spielen er darf sich nur bewegen darf nur umgucken zielen messern und granaten werfen wogegen ich leerrunde mit dem xbox controller spiele und nur schießen betätigt wo bist du wir werden verschiedenste map ausrüstungs und spielen wo die konstellationen auf diese weise aus und jetzt geht's auch schon los schaue die erste folge an viel spaß wünschen euch ja und nur und karain lieber ja ja oder war der marmer war doch durften als ich gesehn so ein scheinbar erheben keine augen und das wird alles wenn ich in augen hätte also ich meine hier der der frau augen hinten meine zwei monite mal schon mal so ihre rückspiegel jetzt das wollte ich mich Das wäre auch zu episch für uns gewesen.